Und ein Moinzen zu diesem VfB aktuell Schrägstrich Vorbericht. Jetzt soll es hauptsächlich um die beiden Trainerkandidaten gehen, was dazu berichtet wurde, wer die beiden denn sind. Aber auch kurz, zum Ende noch kurz und knackig bisschen Vorbericht mäßig für Bielefeld natürlich, beides mit drin. Trainer gesucht. Einige Gerüchte, viel Falsches auch dabei gewesen, wer könnte neuer VfB Trainer werden. Da wurde ja rund um das Spiel gegen Bochum vieles dann klargestellt von Werle Mislintat. Auch mit keinem neuen Sportdirektor wird gesprochen. Auch da gab es wild Gerüchte. Es soll auch keine Dissonanzen geben zwischen den beiden. Das hat Mislintat nochmal geäußert. Er sagte auch, dass es für den neuen Trainer egal ist, ob bzw. eher wann er verlängert. Werle stellte klar, dass von Mislintats Vorschlägen gefolgt ist, seiner Liste gefolgt ist. Und dass es dann zwei Kandidaten sind, die noch nicht in der Öffentlichkeit genannt wurden. Denn finde ich auch, dass man das beiden hoch anrechnen muss, dass sie das da ruhig gehalten haben. Eben dann bis nach dem Bochum-Spiel. Da kamen dann irgendwann die Namen. Mislintat hat auch gesagt, dass das Thema Name-Dropping sehr groß war. Sehr viele Namen da waren, die einfach nicht auf der Liste gewesen waren. Dass es nur einen Namen gab aus diesem ganzen Name-Dropping, der auf irgendeiner Liste mal stand. Er sagt auch, dass es keine Lager gibt. Man entscheidet das Ganze natürlich als Gruppe. Und diese Gruppe besteht wohl aus Mislintat, Werle, Rüth und Gedira vor allem natürlich. Da muss er auch natürlich Aufsichtsrat und so weiter durch, bis das dann abgewickelt werden kann. Ganz klar ist auch, dass Wimmer Co-Trainer bleiben soll. Egal, wer neuer Trainer wird. Und mittlerweile, wie gesagt, sind beide Namen durch die Medien gegangen und die Gespräche geführt worden. Der erste Name, Cez Forup, wenn man ihn so ausspricht, ich tippe mal, der fiel am Sonntag, weil es eben da auch Gespräche gab. Ein Däne, 52 Jahre alt, aktuell vereinslos, war bis zum 19.09. bei Kopenhagen. Hat bei Esbjerg FB angefangen. Dann von 2013 bis 2015 war er im Jugendbereich und das bei der dänischen Nationalmannschaft. U20 und U21 da vor allem, war da 2015 mit der U21 bis ins EM-Halbfinale gekommen. Von Sommer 2015 bis Oktober 2018 war er dann bei Mützjeland in der dänischen Liga 2015 in der Champions League-Quali gescheitert. Dann bis ins 16. Finale gekommen in der Europa League, weil danach ging es in die Europa League. Nach dem Quali-Ausscheiden wurde er da dritter, fünfter und zweiter in dieser Super-Ligen, heißt es dort. Und hat er auch 17, 18 die Meisterrunde gewonnen. Nach dem Saisonstart 18, 19 ging es dann Ende Oktober 2019 zu KAA Gent. Da war er bis Ende August 2020 am Start, wurde fünfter und zweiter in der belgischen Liga. 2020 auch da bis ins Europa League 16. Finale gekommen. Ende September ging es dann für ganze fünf Spiele nur zu KRC Genk. Also hat Gent und Genk durchgemacht, auch irgendwie geil. Das dann so schnell zu Ende gewesen, wegen der Chance eben zum FC Kopenhagen zu gehen. Das war irgendwie auch so ein Thema nach dem Motto seit Ewigkeit mal wieder, dass ein Däne tatsächlich auch den dänischen Top-Klub übernehmen kann. Dort war er dann von November 2020 bis eben Mitte September 2022 am Start. 2021 wurde er fünfter, führte den Klub in der Conference League bis ins Achtelfinale. Letzte Saison gewann er dort die Liga. Champions League auch erreicht nach der Qualifikationsrunde. Also da muss er tatsächlich als Meister erstmal durch eine Quali bis in die Champions League kommt. Das haben sie geschafft. Saison-Shot war dann hier okay. Dann aber eben unter anderem vier Spiele in Folge nicht gewonnen, bevor er dann rausflog. Einmal in der Champions League nicht gewonnen. Ist im Schnitt 1,53 Jahre im Amt. Bevorzugte Formation wohl 4-2-3-1 laut Transfermarkt.de. Hat aber zuletzt dann auch bei Kopenhagen oft ein 4-3-3-Offensiv gespielt. Und wie gesagt, er war am Sonntag zum Gespräch in Stuttgart. Das Gespräch soll sehr gut gewesen sein. Ist natürlich eher ein unbekannter Name für die meisten von uns. Man konnte sich da nur so ein bisschen einlesen, auch vor allem auf Twitter, auch von Kopenhagen-Fans, was da so kam. Ist ein Trainer, der sehr gut mit den Spielern kann. Auch mit jungen Spielern. Menschlich gut. Heißt aber auch öfter, dass es ein bisschen taktische Mängel gibt. Gerade nach Rückstand. Wohl eher seltener bis quasi nie Spiele gedreht. Wohl auch nicht den, fliegt wohl auch nicht den optimalsten Umgang mit den Medien, sagen wir es mal so. Viele sagen aber, dass er gut zum VfB passen würde. Der Jugendbereich, die Spielweise. Und eben natürlich, dass auch der Vergleich mit Kopenhagen und Stuttgart schwierig ist, weil es eben ganz andere Ansprüche sind. Die Erwartungshaltung, die kämpfen in Kopenhagen um die Meisterschaft. Bei uns geht es halt gegen einen Abstieg und einen Klassenerhalt. Jugendarbeit war auch bei den Stationen vor Kopenhagen sehr gut gewesen. Interessant ist hier auch, dass Mütterland tatsächlich Partnerverein von Brentford ist in England. Und da wohl auch dann sehr viel datenbasiert gearbeitet wird. Das passt natürlich auch genau zu Sven Mislentat. Einer für ihn und eben auch von ihm, von seiner Liste, wie es ja berichtet wurde. Klingt also alles ziemlich ordentlich. Vielversprechend würde sicher zu uns passen. Alfred Schreuder, der zweite Kandidat, kam dann am Montag heraus. Auch da soll am Montag ein Gespräch geführt worden sein zwischen den VfB-Kollegen und eben Schreuder. Der Niederländer ist 49 Jahre alt, aktuell unter Vertrag bei Ajax Amsterdam. Das auch noch bis 2024. Erstes Mal richtig Cheftrainer war er bei Twente Entschede von 2014 bis 2015. Wurde der 10. in der niederländischen Liga. Und dann kam Nummer 1, Teil 1 der Bundesliga-Erfahrung, die er schon nachweisen kann. Er war von Ende Oktober 2015 bis Januar 2018 Co-Trainer in Hoffenheim. Zuerst für 10 Spiele unter Interimstrainer Huub Stevens. Da gab es Abstiegskampf und danach die restliche Zeit durchgängig unter Julian Nagelsmann. Wie gesagt, der hat auch da in der Abstiegskampfsaison übernommen. Da wurden sie 15. danach 4., 3. und 9. Platz geworden. Das Duo quasi. Dann wurde er Co-Trainer unter Ten Haag bei Ajax Amsterdam. Von Januar 2018 bis Juni 2019 wurden er zusammen Meister. Und hatten tatsächlich auch, wusste ich gar nicht, 2018, 2019 zusammen diese krasse Champions League-Saison. Wo es ja bis ins Halbfinale ging gegen Tottenham. Und dann eben das, woran sich manche auch noch erinnern werden. Viele vielleicht auch sogar eben die Trainerzeit als Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim. Die hat er zur Saison 19-20 übernommen. Nach 30 Spieltagen war es da vorbei. Zu dem Zeitpunkt waren sie Siebter, also eigentlich ganz okay. Aber auch der Abgang war da wohl nicht ganz so rund. Es gab Berichte von unterschiedlichen Auffassungen und Detailfragen, die dazu geführt haben, dass sich eben die Wege getrennt haben. Von August 2020 bis Oktober 2021 waren er Co-Trainer bei Barca. Unter Koeman wurden er Dritter in der Liga. Und dann eben jetzt, von Januar bis Juni 2022 war er Trainer bei Brügge, wurde er zweiter Platz in Belgien. Und seit dieser Saison, seit der laufenden Saison, ist er Trainer bei Ajax Amsterdam. Und nun sind wohl wir an ihm dran. Ja, in der Liga läuft es eigentlich für Ajax-Verhältnisse halt. Da ist auch wieder der Anspruch, dass er da schon das Ding holen in der Liga. Acht Siege, ein Unschienen an der Niederlage. Erster Platz hat natürlich auch ordentliche Abliegen im Sommer, darf man auch nicht vergessen. Trainer Ten Haag, Martinez und Anthony sind alleine die drei alle zu Manchester United gegangen. In der Champions League läuft es nicht so berauschend. Zum Beispiel zwei dicke Klatschen gefangen gegen Neapel, hatten ein Sieg gegen Glasgow und dann eben drei Niederlagen. Die dritte noch gegen Liverpool, ist natürlich auch alles andere als eine einfache Gruppe. Im Schnitt ist er 0,6 Jahre im Amt, bevorzugte Formation laut Transfermarkt.de 3-5-2. Aber auch hier lustigerweise zuletzt auch oft ein 4-3-3 offensiv gespielt, wie auch der Chess Vorob. Erste Frage hier natürlich, warum sollte der Ajax-Trainer zum VfB wechseln sollen? So ohne uns jetzt unnötig klein zu machen, aber das ist schon nochmal ein anderes Level, auch Champions League und so weiter, Meisterschaftsrennen. Das könnte tatsächlich aber am meisten an der aktuellen Lage bei Ajax-Amt sondern liegen, weil wie es so berichtet wird, ist da schon ein bisschen kopfüber. Ist da nicht so ganz doll gerade, was die Stimmung angeht im Klub. Nach dem 1-6 gegen Neapel soll es Rufe wie Verschwinde gegeben haben von den Fans, also vermutlich auch an Trainergerichten natürlich. Was man da so auf Twitter und so weiter liest, auch von Ajax-Fans liest, passt dazu. Also es gibt viele, die ihn loswerden wollen und Schreuter, lustigerweise oder krasserweise besser gesagt, scheint es irgendwie auch ein bisschen weniger zu jucken. Da fiel wohl sowas wie, wenn sie mich feuern, ist es mir egal von ihm auf einer Pressekonferenz. Allerdings muss man auch da sagen, gibt es auch da gegenseitige Meldungen aus den Medien. Manche sagen, er will gehen, würde natürlich auch zu dem passen, dass immer uns Gespräche führt. Manche sagen aber auch, er will bleiben und er will da kämpfen und für den Erfolg kämpfen bei Ajax Amsterdam. Logischerweise würde es natürlich schwieriger werden als bei Jess Forup. Man müsse eben ihn aus dem Vertrag bei Ajax rausbekommen, der noch zwei Jahre läuft oder bis 2024 im Sommer läuft. Vermutlich müsste man auch Kohle zahlen für ihn. Zwei, die ihn kennen, haben sich auch geäußert zu ihm. Stevenson und Nagelsmann eben. Beide glauben nicht, dass er jetzt Ajax für den VfB Stuttgart verlässt. Und gestern, wie gesagt, am Montag wurde das Gespräch geführt. Auch er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Also, wie sieht es dann aus? Es ist noch kein neuer Trainer da. Wimmer gegen Bielefeld am Start. Co-Trainer weiterhin als Cheftrainer. Und das vielleicht auch noch in Dortmund am Samsung im 15-30. Das ist das nächste Bundesligaspiel. Sonntag und Montag, wie gesagt, wurden die Gespräche geführt. Wie gesagt, beide guten Eindruck hinterlassen. Das, bis er noch nicht gehandelt wurde, könnte natürlich irgendwie auf den Schreuder hindeuten. Weil Torup oder Forup, wie auch immer, ist ja freier Trainer. Das heißt, er könnte ja eigentlich quasi sofort anheuern. Schreuder halt nicht. Könnte also die Wartezeit quasi ein bisschen auf ihn hindeuten. Aber könnte natürlich auch einfach heißen, dass vielleicht haben die ja einfach interne Absprachen mit den Trainern auch. Oder auch Ideen und Zeitpläne natürlich auch, wann sie ihn installieren wollen. Ob sie sagen, wir wollen schon vor Dortmund installieren. Ob sie sagen, vor Bielefeld wäre es eh zu knapp geworden. Da handeln wir noch nicht. Oder ob sie sagen, Dortmund geben wir Wimmer auch noch. Was auch möglich ist, wurde auch so berichtet. Und sie erst nächste Woche holen. Also, da wird schon Absprachen geben. Allerdings natürlich da bleibt dann doch auch irgendwo interessant, wie lange eben ein Torup wartet. Und ob eben Ajax Schreuder abgeben würde überhaupt. Jetzt so ein bisschen meine Meinung zu dem Ganzen. Beide natürlich ein bisschen schwer zu bewerten. Gerade Torup ziemlich unbekannt gewesen. Auch für mich, für die meisten. Beide passen vom Spielsystem auf jeden Fall. Beide passen auch zum Missentat. Bei Schreuder hatte ich irgendwie direkt so ein schlechteres Gefühl. Habe den nicht so besonders in Erinnerung von Hoffenheim. Also nicht besonders gut in Erinnerung. Mein Bauchgefühl wäre also aktuell bei Cez Torup. Wäre aber trotzdem mit beiden zufrieden. Und man muss auch daher nochmal sagen, es ist besser. Oder ich freue mich schon sehr darüber, dass wir über die beiden reden. Dass die beiden auch so lange geheim gehalten wurden. Finde ich sehr stark. Beide von der Missentat-Liste. Das wird auch, wenn man sich so ein bisschen reinregiert, bei denen auch ganz klar, dass das Leute sind, die Missentat holen will. Das beruhigt alles sehr. Und eben, dass eben nicht auf der Liste die üblichen Verdächtigen stehen, wie Markus Gissel oder sowas. Sondern, dass man wirklich richtig akribisch da rangegangen ist. Und was man auch sagen muss. Man hätte sagen können, ja. Oder kann immer noch sagen, warum lässt du ein Rino, wenn der neue Co-Trainer eh noch drei Spiele macht, bevor der neue Trainer kommt. Allerdings, bisher ist ja alles richtig gelaufen. Heimsieg-Goal gegen Bochum, der extrem wichtig war. Übertrieben sagt, egal mit wem auf der Bank. Wimmer hat das Ganze gemacht. Passt, wir haben gewonnen. Bielefeld sollte man auch normalerweise schlagen, von der Lage her. Und dann in Dortmund muss er eh gucken, wo ist da groß viel Punkte. Ist normalerweise eh nicht so viel drin in Dortmund. Da wäre auch ein Wimmer noch okay. Ich finde nur, dass es wichtig wäre, dass der Kollege auf jeden Fall dann vielleicht schon gegen Augsburg auf der Bank sitzt. Was ja nächste Woche dann ist, das Heimspiel gegen Augsburg wird auch sehr wichtig. Und eben, was ich schade fände, was aber auch nicht ganz ausgeschlossen wird, auch in den Medien nicht, ist, dass sie vielleicht sogar bis zur WM warten mit einem neuen Trainer. Das hoffe ich nicht. Sonst, ja, ich fände es doch schön, wenn es bis dort einen neuen Trainer gibt. Wenn nicht, ist auch okay. Gegen Augsburg sollte dann aber hoffentlich endlich mal auch ein neuer auf der Bank sitzen. Und wie gesagt, ich war mit beiden in Ordnung. Mein Bauchgefühl würde gerade Cez Furup sagen. Und dann noch jetzt natürlich VfB Bielefeld, ein kurzer Part. Kurz und knackig, was vorbrichtartiges hier zum Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld. 20.45 Mittwochabend, Heimspiel, zweite Runde. Checkt für Infos zu Bielefeld sehr gerne den Talk mit dem Arminentuber ab, der ja schon online gegangen ist. Wir kommen aus einem wichtigen, aber, muss man auch sagen, nicht überragenden 4-1-Sieg gegen Bochum. Wir waren endlich mal effizient. Das war auch der große Unterschied. Hatten aber auch Phasen, wo wir ein bisschen geschwommen sind beim Stand von 2-1. Hat Müller einen Fehler von Anton, einen Absprachefehler, sehr stark ausgebügelt. Allerdings muss man auch sagen, dass Müller auch nicht unbeteiligt war an dem 2-1, dass es so fällt. Vor dem Spiel eine sehr, sehr schöne Kurve gewesen. Hat auch ein bisschen, hat auf Instagram gepostet mit der Caption Exactly, dass eben so ein Bannerspruch, die Stärke des Kollektivs ist der Zusammenhalt. Silas muss ich nochmal hervorheben, nicht nur wegen der Leistung, aber auch wegen der schönen Aktion, die es hier gab. Klatschte mit den Rollstuhlfahrern nach dem 2-0 ab. Sehr schönes Video, was da zu sehen gibt beim VfB und generell auf Twitter. Der natürlich auch in der Elf des Tages beim Kicker, ist auch der Spieler des Tages beim Kicker, auch in der Elf des Spieltags bei der Sportschau mit seinen zwei Toren. Und ich glaube, er bekommt sogar zwei Vorlagen zugeschrieben, weil einen hat er gemacht auf Armada. Und Elfmeter rausholen gilt, glaube ich, auch als Vorlage. Von dem her hat er, glaube ich, sogar zwei Tore und zwei Vorlagen offiziell bekommen. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Nun geht es, wie gesagt, gegen Bielefeld, aktuell letzter der 2. Bundesliga. Von Stadion her, Atmosphäre her, muss man ja auch sagen, ein bisschen anders, weil das Ding ist nicht im Ansatz ausverkauft, weil eben nur Kanjakovi, so wie der Unterrang-Gegentribüne geöffnet wurde, da hat man eben auf den Andrang auf die Tickets gewartet. Der große Andrang blieb aus, deswegen hat man auch nicht weitere Blöcke aufgemacht. Ist verständlich, dass auch der Antrag nicht so riesig ist. Es ist halt einfach ein Mittwochabendspiel, das ist schon mal für Langzeitfahrer oder halt für Leute, die weit entfernt sind, nicht ganz so praktisch dazu. Es ist der Gegner halt auch nicht so wirklich attraktiv. Wenn da jetzt, keine Ahnung, Dortmund gekommen wäre, wäre es sich ausverkauft gewesen, wissen wir ja auch. Aber die Kurve ist gut verkauft, das heißt, die Stimmung ist da, gehe ich mal fest davon aus. Und bisher sind auch 21.500 Karten verkauft, das ist auch ein bisschen besser, als ich erwartet hätte. Lustigerweise hier beim letzten Spiel gegen Bielefeld im Pokal, das war 2008, haben wir 200 gewonnen. Da waren es damals 8.500 Zuschauer. Und was man auch sagen muss, für so eine Pokalrunde gegen so einen Gegner, ohne jetzt Bielefeld irgendwas Böses zu wollen, ich mag Bielefeld, aber jetzt rein von der Tabellensituation, 18.000 und 2. Liga, ist einfach ein dicker Unterschied. Reizt sich dann doch recht normal ein in die Zuschauerzahl. Wir hatten auch ein Achtelfinale in der Saison 15-16, das gegen Braunschweig, was wir in der Verlängerung gewonnen haben. Und da waren es auch nur 22.000 Zuschauer knapp, von dem her reizt sich es tatsächlich da ein bisschen ein. Aufstellung mache ich es mir leicht, da gehe ich komplett mit bei der Aufstellung von meinem VfB. Anton ist ja gesperrt, Dinos hat eine Schädelprellung noch, Zagadou hat Kopfschmerzen, hatte Unwohlsein und sowas. Deswegen, glaube ich, vom Training dann auch frühzeitig raus. Beide, also bei Dinos und Zagadou, große Fragezeichen. Also wird es wohl Kreativität in der Defensive brauchen. Damit, wie gesagt, gehe ich bei der Aufstellung von den Kollegen mit. Pokaltorhüter Bredlo steht im Tor, dann Dreierkette oder Dreierabwehrkette, Stenzel, Karasso, Ito, dann davor Sosa, Endo, Silas, Doppelmittelfeld, Armada, Mio und vorne drin Perea und Pfeiffer, weil ich finde, Perea kann man eine Chance geben. Tomas war nicht so stark gegen Bochum, Mio muss im Mittelfeld bleiben und sonst stellt es sich mehr oder minder ja auch von selber auf, weil man ja auch noch verletzt. Mein Tipp, wie auch im Talk mit Angelo, ist ein 3 zu 1. Das ist einfach eine Pflichtaufgabe, die trotzdem auch ein bisschen mit der Furcht kommt, dass der VfB eben dann doch vielleicht VfB-Dinge tut in solchen Spielen. Wir hoffen mal nicht darauf. Und sollten wir weiterkommen, dann ist die Auslosung am Sonntag um 19.15 Uhr. Ihr könnt wie immer abstimmen im Community-Tab. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Natürlich zu Bielefeld, aber natürlich auch noch mehr zu den beiden Trainerkeindaten, die wir so am Start haben. Natürlich auch gerne das kostenlose Abo da lassen, wenn ihr es nicht getan habt. Bleibt mich fürs Zuschauen. Hier tatsächlich natürlich wie immer ein bisschen mehr fürs Zuhören. und bis zum nächsten Mal.